Heute geht es um den Bogen und komm dafür wieder in die Bauchlage. Hände kannst du unter deiner Stirn platzieren und mach dich erstmal lang vom Kopf bis zum Steißbein. Und dann bringst du beide Unterschenkeln nach oben und deine rechte Hand fast an den rechten Fußrücken, die linke Hand an den linken Fußrücken. Stirn nochmal ablegen und einatmend ziehst du deine Knie zu deinen Fersen, also nach hinten zum Boden, dein Oberkörper öffnet sich. Schulterblätter gehen zusammen und zieh dich nach oben und nach hinten. Bleib hier und dann leg dich wieder ab in die Bauchentspannungslage. Glasschall Gute 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 Gute